Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video! Und hast du dich breit geknöpft? Schon wieder Grutzerfix? EMF und räuchern. Ok, Nini hat EMF genommen, dann nehme ich wieder Videokamera mit. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wirf etwas um. Nein, ich bin unten, Nini ist oben. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Mach doch den Strom an, wieso guckst du den Kasten an? Ja, chill doch mal kurz. Nein. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Ich habe ein Brett gefunden, ich will es aber nicht benutzen. Aber ein Foto kann man vormachen, ja? Ja, es ist im Keller. Kann ich das benutzen? Ja, wenn du zerrecken willst, mach gerne. Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Hallo, bist du hier? Hallo, bist du hier? Ja. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Hat jemand den Knochen irgendwo gesehen? Der hab ich noch nicht, nein. Er ist hier unten. Irgendwo hier vor mir. Das Ding hat ausgeschleimt. Ich hab ein Geräusch. Bis durch hier. Handy? Wo ist hier ein Handy? Hier. Bist du hier? Also hier beim Handy. Wo bist du? Ah, fünf! Okay. Er möchte aber nicht reden. Alter, musst du mich so verjagen. Ja. Haben wir hier ausgemacht. Hier müssen wir auch ausmachen. Schauen wir nach Ops. Achso. Gut, wir geben uns den Buchen. Ehm. 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 Nini, komm mal raus. Wir mussten alle Fennikin nehmen. Also okay. Ach ja. Fingerabdrücke. Also Fingerabdrücke oder ob. Was anderes kann es nicht sein. Und ob sehe ich da in dieser Ecke gar nicht. Oder ich bin blind. Ehm. Wir haben ja Zumpfer und den Nennens. Atem. Genau. EMS und Atem. Nehmen wir dann das noch mit. Kruzifix. Du hast Kamera dabei. Hast du Salz oder was hast du noch dabei? Ja, ich habe Kamera und Salz. Okay. Fingerabdrücke. Foto. Okay. Perfekt. Wir haben alles. So, zeig dich. Dann gehen wir mal kurz räuchern. Räuchern müssen wir ja auch noch. Wenn ich das noch nicht habe. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Schauen wir mal. Räuchern, oder? Ja, räuchern. Ja, räuchern. Okay, dann kann... Ja, räuchern. Im Kruzifix. Du kannst das andere mitnehmen und dann reinschmeißen. Weil Nenni hält das andere in der Hand. Im Kruzifix. Ja. Dann zeig dich. Nenni willst wissen. Ja, aber sicher. Da, ich räuchle dich aus. Schluck. Schluck. Atme tief ein. Du Geist, du. Warte, Box geht gar nicht. Mach mal aus, du nervst. Ah! Wo ist er? Ich höre ihn. Wo ist er? Der packt dich hier in der Kellertür fest. Hast du ein Foto? Hast du nicht gezeigt? Ich habe nur nachgedacht. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich bin voll zusammen mit so teils. Er fahre mir auf. Der haut da auf einmal. Also Bild von ihm haben wir leider nicht. Schade. Also bis auf Kruzifix haben wir alles. Dann zeig dich mir! Zeig dich! Wo bist du? Maria! Ich bin Kanonfutter! Jenny, du musst doch mal Pille nehmen. Du bist bei... Nein, er muss sich zeigen. Nun zeigt er sich nicht, wenn sie Pille nimmt. Achso. Äh, sie zeigt sich nicht, wenn Nini Pille nimmt. Komm, zeig dich! Ah, okay. Zeig dich! Kann ich doch was mitnehmen? Oder wie? Oder wo? Komm, jag mich! Also nicht. Hier ist kein Rotfutter! Ich bin hier! Komm, zeig dich! Weiß ich nicht, Kessel! Gibt es da noch irgendwas, was wir nutzen können? Ähm, die Pflegungsmelder haben wir noch. Wir haben noch ein Ding. Ja, kannst ihn mitbringen. Komm, zeig dich! Maria, zeige dich! Ich bin Kanonfutter! Komm her! Ich bin Kanonfutter! Komm her! Komm! Komm, zeig dich! Komm, zeig dich! Ich bin hier! Maria, zeige dich! Hast du Salz fotografiert? Ja, ne? Ja, habe ich es gerade gemacht. Komm, zeig dich! Ja, mach doch hier neben dem Schalter! Oder da! Oder da! Ist egal! Zeige dich, Maria! Maria! Miss Martin! Zeigen Sie sich! Hab sie! Oh mein Gott, wie kann ich das nicht! Aua, Aua, Aua! Das tut weh! Und das Krutzerwix hat immer noch nicht gezählt. Ah! Man, schlägt mich doch! Boah! Ah! Aber hey, wir haben ein Bild! Es hat gezählt! Die war genau zwischen euch! Ich sah witzig aus! Beziehungsweise direkt bei Nini! Nini läuft gerade durch sie durch! Als ich das Bild gemacht habe! Mit ihrem... Komm! Maria, hand dir doch mal kurz! Auch wenn wir drin sind, äh, draußen sind und drin sind! Vielleicht läuft's über ein Kreuz! Komm schon, Maria! Mach es! Mach es! Da ist wieder da! Lass! Okay! Ja! Maria mag nicht! Das tat sich auch gerade! Ich geh mich opfern! Warum? Ich opfer mich mit dir! Maria, zeige dich! Alter, ich hab jetzt schon Geisteratem! Jetzt schon Geisteratem und ich bin noch nicht mal richtig drin! Lauf über das Kreuz, liebe Maria! Maria, Maria, Maria! Oh! Okay! Maria, lauf übers Kreuz! Go, Maria! Go, Maria! Go, Maria! Go, go! Go, Maria! Go, Maria! Go, Maria! Go, go! Go, Maria! Go, Maria! Go, Maria! Go, go! Go, Maria! Go, Maria! Go, Maria! Go, Maria! Go, Maria! Er hat Licht ausgemacht! So! Was hat er gemacht? Er hat Licht ausgemacht! So, jetzt komm her! Zeig dich! Jetzt komm her! Jetzt aber auch uns nicht hier! Ich hab hier nicht umsonst ein Kreuz in der Hand! Ja genau! Oh Gott, wie geil! Zeig dich! Zeig dich! Ich steh hier! Warte, hatten wir jetzt den Knochen oder nicht? Nee! Doch! Oder? Nee, nee, nee! Hatten wir noch nicht! Hatten wir noch nicht! Ja, aber wo ist er dann? Ich weiß es nicht! Doch nicht! Ist bestimmt unter irgendeinem Teppich und wir sehen ihn nicht! Das ist aber scheiße! Scheiße! Ja, scheiße! Ja, das ist richtig scheiße! Du wusstest ja schon, dass er scheiße ist! Weil hier auf dem Tisch, ab und zu sehe ich den nicht in der Küche oder so. Manchmal ist er so offensichtlich und ich sehe ihn nicht! Soll ich den Strombahn anmachen? Ja! Maria hat irgendwas weggeworfen! Weiß nicht was! Ah, den Ball hat sie weggeworfen! Maria, komm sonst halt dich! Maria, komm sonst halt dich! Komm sonst halt dich! Wo ist der Knochen? Maria, komm sonst halt dich! Knochen, wo bist du? Maria, komm sonst halt dich! Lieber Knochen. Ich bin auch ganz lieb. Ich bin auch ganz lieb. Ich bin auch ganz lieb. Oh, wie geil. Komm, zeig dich. Ihr könnt Freunde werden. So nicht! Jetzt kommt Schluss, aber los noch hinten. Dann sind ja noch die Knochen fertig. schon ein Treffen. Sie colliert ganz lieb. Und nun, die Knochen sind. Das ist alles. ZEGT-LEGISI. Diese Knochen werden mit Knochen eingeliefert. ZEGT-LEGISI. Die Knochen werden mit Knochen gebracht. Leben alle noch? Ja, ich bin der Null. LECOFETTO LECOFETTO KAABUNGE LECOFETTO Bungee is there Yeah helps be marked Oh, Bungie! Komm schon an Bungie, bitte! Lika hat's gezählt mit kurzen Fickern! Nein! Scheiß drauf, komm, wir gehen einfach, bevor wir verrecken. Es hat gezählt, es hat gezählt! Was habt ihr jetzt gemacht? Ich habe es einfach so hingewiesen! Wie geil! In dem Moment, ihr habt gefragt, ich habe geguckt und so, nee, zählt nicht. Und dann höre ich, dass ihr rauskommt, wo ich gemeint habe, komm, lassen wir es. Irgendwas habt ihr geredet und auf einmal, Düt, weg war's. Ja, ich habe es einfach in die Ecke geschmissen und gesagt, hier, werd glücklich damit, geh raus! Und auf einmal sagt sie, ja, gezählt! Oh, wie kann es das denn? Müssen wir, glaube ich, jetzt mal so machen. Okay, wieso fertig? Haben alles diesmal. Ja, ah, ah! Ready? Kessel, hast du Menschen eingetragen? Eingeschlossen. Ja, ich habe die Menschen eingetragen. Okay. Ja, ich habe die Menschen eingetragen. Yeah! Ja! 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 Oh mein Gott, ich war das geil. das war's mit der folge und vielen lieben dank fürs einschalten wenn euch das video gefallen hat lasst doch einen daumen nach oben da falls ihr es noch nicht getan habt abonniert meinen kanal soll sich mein schräger content gefällt und aktiviert natürlich die glocke um mich zu verpassen ansonsten bei eurenike